heute kommt es zu unserem serverbau im thermikgehäuse t100 mit einem i5 der zwölften generation hallo und herzlich willkommen und schön dass ihr auf meinem technikkanal eingeschickt hat es hat ja nun eine und seid begrüßt es hat ja nur eine zeit lang gedauert das hatte aber arbeitstechnische gründe dass ich das nicht so schnell geschafft habe weil es ist ja immer was zu tun und von daher habe ich gedacht so jetzt zu ostern geht das ding natürlich jetzt auch am start heute kommen wir dazu die zeige ich euch den zusammenbau er läuft natürlich und wie gesagt die fünf zwölfte generation das ganze kombiniert im mit fünf ssds 2 1.2 und zwei normale ssds wenn ich das noch so die sind alles im raid verbunden deswegen kriegen wir hier eine helle geschwindigkeit und das sollte auch so erreicht werden 32 gb ddr5 speicher und auf dem asus b 660 gaming it export und zu diesem zusammenbau das ganze mit der comi der t100 habe ich euch alles schon gezeigt die videos könnt ihr euch noch reinziehen in dieser ganzen kombination ist das schon ein richtig schnelles ding und schick sieht er auch noch aus obendrein natürlich mit mir original windows was man dafür braucht um damit arbeiten zu können und wer sich jetzt fragt ja gaming test und so das können wir wohl bei einem server vergessen aber wir können einen kleinen leistungs check machen aber hier jetzt hauptlich was kann man auch so kann man das 24 7 laufen lassen ich kann euch sagen kann man einzige problem dabei hat sich gestellt dass es für das b 660 intel board das lga 1700 noch keine treiber deswegen läuft das ganze aus dem proxmos auf die diesmal mein sohn gekommen wir haben 10 100 10.000 mbit grafikkarte noch nachträglich verbaut eine asus die kriegt ja noch zu sehen im check und eben 2,5 giga on board hier zählt wirklich nur netzwerk geschwindigkeit und power auf den platten alles andere ist nicht wichtig grafikkarte ist der integrierte grafikkarte verbaut und das ist auch dementsprechend passend so so ausgequatscht und jetzt geht's ab zum intel 1700 bau check viel spaß beim video losin time i'm fading fast i just want to make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headache stack restlessness to hell and back what's my purpose but do i grab a slippery surface a heart attack and sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief there's something that'll have what you need what you need what you need we're broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and i know of sadness the anxious and panic the infinite vastness of all that is blackness so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Also ich bin glücklich. Wir hatten ja nun vorher den, habe ich auch gesehen, den 4HP-Fertigrichter dafür und durch das Angebot von TurboTek, das Gehäuse habe ich natürlich umsonst gestellt gekriegt und wir hatten natürlich auch einiges schon am Start. Die 2M.2 waren bereits am Start. Die AGB von T-Force ist am Start gewesen. Was dazu gekauft werden musste war halt. Und die Thermothek nochmal herzlichen Dank an euch. Wir haben auch noch die Lüfter kostenlos zur Verfügung gestellt, damit dieses Projekt verwirklicht werden kann. Wie gesagt, großen Dank an dieser Stelle. Was wir nachgerüstet haben, ist halt das Board. Musste man kaufen, die CPU-Speicher und die Netzwerkkarte. So im Groben. Und die Wasserkühlung. Er läuft 24,7 Uhr normalerweise. Mittlerweile aber im Sparmodus des Stroms stellt er sich automatisch morgens um 7 Uhr an und beendet um 19 Uhr seinen Dienst. Ausreichend. Schnell genug ist er. Im Netzwerk ist er schnell. Das ist uns wichtig, dass wir gut arbeiten können. Sachen hin und her kopieren oder transferieren können. Backups und, und, und. Das Ziel ist damit erreicht. Das konnten wir vorher nicht machen. Und damit ist das Ziel erreicht. Preistechnisch, naja, wir reden nicht drüber. Wenn man alles zusammen regnet, kommt man da schon auf einen stolzen Preis. Aber ich wollte auch, wenn das denn hier schon alles bei mir im Wohnzimmer steht, Büro-Wohnzimmer mittlerweile, dann soll es wenigstens auch schick aussehen. Das tut es. RGB ließ sich jetzt nicht einstellen. Dann hätte man Software installieren wollen. Das wollte ich aber nicht. So wie er jetzt konfiguriert ist, fände ich schick. Ist wieder geschrungen. Geschmackssache. Es soll für euch ein Andenkanstoß, ein bisschen oder Denkanstoß sein, dass man sich, wenn man so einen Homeserver braucht, sich den auch selber bauen kann. Weil ein richtiger Server für das Netzwerk kostet schon richtig Kohle. Wer sich das Ganze nachbauen will, findet natürlich alle Teile wieder in der Videobeschreibung, wie üblich. Würden uns freuen, wenn ihr den Link nutzt, dann supportet den Kanal. Da schon mal danke. Natürlich könnt ihr Sachen auch verkaufen, wo ihr gerne möchtet. Es ist jedem selbst überlassen. Ich kann mich an dieser Stelle fast nur verabschieden. Nächste Videos am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen. Und schreibt doch mal selber in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das war es jetzt. Wie gesagt, das wird für die nächsten vier, drei, vier Jahre muss das Ding jetzt funktionieren. Und das wird da auch, dafür ist halt Marke verbaut. Da muss man auch immer so ein bisschen drauf achten. Teuer war am Anfang der nochmal zur DDR5 Speicher, aber man hat dann auch für die Zukunft was. Ich sage jetzt Tschüss und Bye Bye. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Technik Check. Macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund.